hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge wohl phase 2 und mit dabei ist heute kai in phase 2 hallo na na wir sind heute als medic unterwegs und spielen quanten sierra oder so kai ist wie immer jack ja der witz wird auch nie alt habe ich jetzt schon mal gebracht ich glaube schon tausend mal jetzt kommt so eine rückblende nein die kommt nicht die arbeit mache ich mir nicht für diesen leben weil er wird zu scheiße ich ja so map ist wetterstation overpowered ok guter laber so was macht die alte eigentlich protonen feld krektionsfeld und auf spieler warten das doch toll und du hast schöne haare schwarz wie die nacht den quatsch mit deiner stimme oder ich rede nicht mehr mit ihr das was sie sagt löste ihr angst ein ok und faszinierte sie sind wir nur vier haben sie immer nur vier aber nicht mal fünf nein es sind immer nur vier so ok einen plan vom spiel klar wie immer so und jetzt runter mit dem fallschirm aber klappt haben wir schon ein paar mal gespielt ja ok ich hab gleich die fährte gewittert und ab geht's die fährte das monster schreckt vögel auf wer sagt das eigentlich nicht du mir meine hat du bist doch gerade im intro ne man hat im intro gespielt achso das warst du ja diese komische wer war denn der rusche was wirst du bist dieses weib ne ja wie immer doch hank ist der russe hank stimmt hank ist der russe dann war das wohl hank hank solo ja du kannst dir bei diesen dinos vorteile nehmen wenn du die tötet ja ich habe gerade irgendwas bekommen irgendwie ja ich habe ein siebes also ich habe geschwindigkeit wo ist überhaupt das monster ich meinen darum geht sie ja in den spielmodus das monster hat vögel alles lakai 50 meter ja leertaste halten ist gut achso jetpack klettern das kann die oh shit nicht schon wieder bisschen das fleisch passen flotten gelaufen ja nein fast aber letztes mal so scan wer soll mal scan kann ich das machen hey monster in der kuppel nice gut dass wir so kompetente teammitglieder haben gut dass ich nicht nur da bin und das schon ja genau alles drücken ich habe keine ahnung von dieser hier okay ich halte ich halte es wieder fest auf einem der greift mich an aber ich kann vorteil nehmen doch nicht gefährlich nah hier der goliath okay aber die vorsichtig kann ich nicht mal kurz aus der kuppel rausgehen halten klar kannst du das ja ich bin auf dem boden ja ich rette dich kollege dann genau ist auf da haben wir was ist hin vorteil nehmen er ist gut da ist es er ist rennt weg hinterher vielleicht hast du kannst du so nach vorne jumpen ja der rennt einfach im kreis da müssen wir aufpassen dass wir uns jetzt nicht von dem nein es rennt weg hinterher dem monster okay es hat auch alles dumme ist dass wir halt dass die fans und jetzt halt wieder nach gut nachwächst ja nachwächst ja sicher ist und fußnagel das wäre verleglich wenn so ein ding nicht drüber nachdenken ja okay aber nö phase 2 der ist nicht so gut deshalb so ich fand goliath immer stark generell ist das nicht gut ist doch dieser riese aus dem märchen und der riese heißt es oder es gibt david und goliath aus der bibel ja die meint der kleine grüße ja gut weiter riese das hier erinnert mich irgendwie voll an borderlands aber da gab es doch mal eine simpson folge zu ja weil sie gesehen das letzten goliath war und bat irgendwie david und den nelson getötet ja 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 ich weiß das ok ist bereit perfekt sehr schön wo ist das monster überhaupt wir labern hier was sie müssen und derzeit haben wir kein plan was abgeht ich gehe mal lieber das channel mache ich richtig cool da mache ich homer mit zum mit zum cowboy hut ist es doch nicht das ist das ranger ist da sind vögel vorteil nehmen das gleiche nochmal ist ja leben als ob das monster jetzt irgendwie hier rumharzt ich glaube auch das kämpft irgendwo in der ecke hier wo das ist ein toter gerade gar nichts das ist ein toteres monster die ist groß oder da war ich gerade das haus ist das habe ich gerade schon gelootet wo ist denn das ding keine ahnung ich glaube ich mit einem kreis geflogen der sitzt irgendwo oben drauf und denkt sich so erstmal sneakers hier wo weiß nie los wir sind irgendwie ganz viele albinos erst mal und ich gebe die frau schäfer aussieht warte mal gab der ist ein ein bisschen sauer nice und schon wieder jetzt habe ich dashing defense bekommen ja ich auch jetzt mal ehrlich wo ist denn das viehchen was ich moment mal hier ist gar nichts oder oder er ist irgendwas ein bisschen viel leben so erstmal kuppel geplänt hoch wo ist es oben drauf ich wusste da oben hallo ist hier jemand jetzt steht es da oben wie viele phasen gibt es denn eigentlich oh fuck oh fuck ein paar viele oh verdammt das geht echt ab alter ja ich glaube mit dem ist hier nicht gut kuchen essen oder so dann komme ich aus der kuppel eigentlich nicht raus wenn die geplänt sind ja weil er auch nicht raus kommt sonst ist unfair hier ich halte ich okay so viel dazu habe ich schon mal die rüstung ab hier 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 so ein sack ich halte ich h Vijay komm schon los los loslos los loh los los契 ja da bist du wieder weiter geht's ihr denn immer nur so ein bisschen auf allem was ich was wir laser strahlen Ja, mach mal. Ist gut. Oh, shit. Gleich ins Gesicht bekommen. Oh, verdammt. Warum brennt denn hier alles? Hier hinten ist, äh, wer auch immer. Ja, Junge. Unterwegs. Ja, du kannst keine Skills benutzen, weil du tot bist, Junge. Au, 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 au. Okay, ich bin tot. Ah, ich kann dich nicht wiederbeleben. Es dauert. Oh, es ist hinter mir. Oh, es ist hinter mir. Also einfach, dass du nicht stirbst, das ist, glaube ich, wichtiger. Ja, sieht nicht gut aus gerade. Boah. Aber wir haben die Hälfte der Gesundheit. Okay, es will auf mich, es will auf mich. Die Gesundheit regeneriert sich ja, glaube ich, nicht. Okay, du wirst gerade gehealt. Ja. Gut. Boah. Werde ich ein bisschen gebrutzelt gerade? Niedere Gesundheit. Äh, ich komme nicht mehr weg. Ich habe keinen Jetpack. Ich glaube, es war es mit mir. Ja, ich... Das war es. Das war es mit mir. Jetzt kann ich noch mit der scheiß Pistol hier rumballern. Oh, kann ich irgendwie kurz hierher kommen? Ah, ja, da kommt jemand. Ja, hier. In einer Minute werde ich... Jawoll. THX. Nein, nee, ist das Monster. Ich glaube, ich kann nicht aus der Kuppel raus. Der will uns einfach töten. Ich geh jetzt da hinten. Also, du musst noch 40 Sekunden durchhalten. Oh, nein. Ich will zu dem da hinten hin. Aber es fiel, glaube ich, auch zu mir. Ich glaube, ich habe gerade auch eine Kuppel gekauft. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ja, okay, das war es mit mir wieder eigentlich. Ah, ja, da kannst du nichts machen. Verdammt. Und ich... Oh, Mann. Oh, ich habe nur noch die eine erlebt. Ja. Und wenn sie jetzt geht, dann ist es vorbei. Aber in 14 Sekunden nehme ich wieder 13. Das ist eine ganz... Äh, es sieht nicht gut aus. Oh, Verstärkung. Ich in drei Sekunden. 2, 1. Nee, jetzt bin ich tot. Ja, ich bin wieder. Ja, ich bin wieder. Ja, du lebst auch wieder. Jawoll, wir leben alle wieder. Oh, zum Glück. Falschem Sprung mit... Jochen Schweizer. Okay, direkt los. Wo ist denn das Monster? Da hinten, wo der Totenkopf ist. Okay, das ist natürlich perfekt. So. Hier ist das Monster. Ja, das ist schon wieder in meinem Gesicht. Oh, ja, okay, 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 okay. Die lassen wir erst mal unseren Kumpel einfach verrecken. Ja, das bin ich gerade, hallo. Nee, ich meine der andere. Also dich habe ich hier unter Kontrolle. Das sehe ich anders. Oh, nein, es kommt von der Seite. Anders sollte immer machbar sein. Klar ist das machbar. Jetzt hat noch ein so ein Herz. Ah, es rennt weg. Als ob. Jetzt aber hinterher, Jungs. Jetzt aber hinterher. Oh, die Kuppel. Das dauert noch ein bisschen. Nein, jetzt, 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 jetzt. F. Nein, es ist weg. Verdammt, ich habe kein Dreadback. Ich komme nicht hinterher. Ich auch nicht. Oh, ist das traurig. Los. Oh, das war so knapp. Oh, was ist das denn für ein Laser. Out of nowhere. Der war, glaube ich, von Hank. Hank? Ja, macht er solche Sachen? Ja, das ist dadurch so ein... Oh, fuck. Ich bin in der Zeit freisende Pflanze gelaufen. Ach, nö. Das Umreli wird angegriffen. Verdammt, wenn er es tot macht, sind wir, glaube ich, tot, ne? Dann haben wir verloren, meine ich. Ich glaube auch. Das kann nicht sein, oder? Doch. Ich meine, so schnell kommen wir gar nicht dahin, wie das Monster. Ja, als ob wir verloren haben. Das, das schafft man doch gar nicht. Das war ja richtig unfair, Mann. VTF? Da kommt man doch gar nicht hin in der Zeit. Aber das ist doch scheiße, jetzt mal ehrlich hier. Was ist das denn? Das dringt mich wieder auf, sowas. Ganz ehrlich. Immerhin Silberkey verdient. Was noch? Nichts. Wow. Dankeschön. So, fortfahren. Aber das war es dann auch wieder mit dieser Runde von Evil-Phase 2. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Lasst doch eine Bewertung da, und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Haut rein. Tschau, Leute.